Ja, meine Damen und Herren, ich bin Susanne Schröter. Ich leite hier das Forschungszentrum Globaler Islam an der Goethe-Universität im Verbund normativer Ordnung. Frau Schmidt hat das eben schon ausgeführt. Ich bin Ihre Gastgeberin und ich freue mich, dass Sie hier sind, dass Sie auch es alle geschafft haben, zu dieser frühen Stunde hierher zu kommen, trotz aller Corona-Widrigkeiten, die uns auch schon in der Vorbereitung einiges abverlangt haben. Wir hatten ursprünglich andere Pläne, mussten das ständig wieder neu justieren, weil auch an der Universität natürlich immer reagiert wird auf neueste und aktuelle Zahlen und Vorgaben der Politik. Jetzt haben wir also hier eine 2G-Regelung und wir können glücklicherweise ohne Masken und ohne Sicherheitsabstand hier sitzen. Das erleichtert doch einiges. Ja, mein ganz herzlicher Dank gilt natürlich unserer Schirmherrin, Staatsministerin Lucia Puttrich, mit der wir schon häufiger zusammengearbeitet haben, immer sehr produktiv zusammengearbeitet haben. Und mein Dank gilt natürlich auch dem Forschungsverbund normativer Ordnung, ohne den, das muss man ganz klar sagen, hier nicht möglich gewesen wäre, weder von den Räumlichkeiten her noch finanziell. Und auch dafür sind wir den Kollegen und Kolleginnen sehr dankbar, die uns immer wieder unterstützen. Ja, kooperieren tun wir diesmal auch mit der Ingrid-zu-Solms-Stiftung, deren Menschenrechtsbeirat ich seit Jahren angehöre. Also von daher habe ich auch die ganze Geschichte der Preisverleihung des Menschenrechtspreises an Frau Jaffari mitverfolgt. Und wir haben jetzt zum ersten Mal, obwohl wir auf anderer Ebene eben schon sehr eng zusammenarbeiten, eine offizielle Kooperation. Ich danke der Stifterin Ingrid-zu-Solms auch für ihre Unterstützung. Und wir haben noch ein Novum. Es gibt mittlerweile neu gegründet einen Freundeskreis, der sich der Unterstützung unseres Forschungszentrums annehmen wird. Und was dieser Freundeskreis genau ist und wie Sie vielleicht auch Mitglieder dieses Freundeskreises werden können, das können Sie im Anschluss an die Konferenz erfahren, wenn wir uns noch zu einem Get-Together zusammenfinden. Ich danke jetzt auf jeden Fall schon denjenigen Mitgliedern des Freundeskreises, die hier sind und die jetzt schon hier diese Konferenz unterstützen. Ja, außerdem haben wir drei Privatsponsoren gewonnen, denen ich auch an dieser Stelle herzlich danken möchte. Das ist Dr. Bastian Bastuck, Herr Robert Kennedy und Herr Michael Trapp. Wir sehen, so eine Veranstaltung lastet auf vielen Schultern und viele Menschen tragen dazu bei, dass das tatsächlich funktioniert. Begrüßen möchte ich jetzt auch von den Referenten, die hier sind, Generalleutnant Markus Laubenthal. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind und die Perspektive der Bundeswehr hier präsentieren. Ohne diese Perspektive wäre es meiner Meinung nach nicht möglich, tatsächlich das Thema von allen Seiten zu beleuchten. Christopher Darse, ist er da? Ja, ganz hinten. Hallo, lieber Kollege Christopher Darse von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und wer noch hier ist, ist mein Kollege Professor Ibrahim Afsa aus Wien auch in der Mitte. So, das sind die Referenten, die für heute da sind. Ich möchte jetzt keine langen Worte machen. Das Thema Afghanistan ist ein heißes Thema. Als die Taliban in Kabul einmarschierten, da gingen Schockwellen durch die Presse und vielfach, ja, war völliges Unverständnis. Wie konnte das passieren? Wer hat da was falsch gemacht? Aber auch, was lernen wir jetzt eigentlich daraus? Wie beurteilen wir die Situation? Ist das jetzt ein Desaster? Oder lief unter dem Strich doch vieles ganz gut? Was hätte man besser machen können? Hätte man eigentlich was besser machen können? Und was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das für die Außenpolitik beispielsweise? Es gibt ja noch mehr internationale Missionen. Im Moment gibt es eine in Mali beispielsweise, wo die Bundeswehr auch daran beteiligt ist. Was heißt denn, dass in Afghanistan die Sache so ausgegangen ist für diese Mission? Was heißt das aber auch für Entwicklungszusammenarbeit? Was heißt das für die Universalität der Menschenrechte? Und was heißt das auch für die Innenpolitik? Ja, wir diskutieren jetzt darüber, afghanische Geflüchtete aufzunehmen oder Ortskräfte aufzunehmen. Das heißt, Innenpolitik und Außenpolitik geht da zusammen bei dem Fall. Und wir haben den Anspruch ohnehin im Forschungszentrum Globaler Islam, dass wir innenpolitische und außenpolitische Fragen, die zusammenhängen, auch zusammen diskutieren. Ich glaube, das macht so ein bisschen auch das Alleinstellungsmerkmal aus unseres Forschungszentrums. Das ist jetzt sozusagen der Werbeblock in eigener Sache, weil wir viele Veranstaltungen machen, aber auch viele Menschen nicht wissen, was wir sonst noch so tun, die vielleicht nur auf einer Veranstaltung sind. haben wir eine kleine Broschüre über die letzten Jahre seit 2008, seitdem wir hier mit der Arbeit begonnen haben, zusammengestellt, die Sie außen dann mitnehmen können, damit Sie sich auch weiter informieren können. Ja, dabei möchte ich jetzt erstmal belassen, weil unser Zeitplan doch auch sehr straff ist. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind und wünsche uns allen lebhafte Diskussionen und gebe jetzt wieder weiter an Frau Steinheber.